Wir sind Clara und Jonathan und haben uns in Vietnam ein Motorrad gekauft und schlagen uns damit einmal quer durch das gesamte Land, über 3000 Kilometer. In der letzten Folge dieser Serie haben wir zwei unserer besten Freunde auf unserem Roadtrip wieder getroffen und reisen jetzt gemeinsam durch Vietnam. In dieser Folge geht es weiter in Richtung Sapa, im Norden des Landes. Wir fahren zu den schönsten Reisterrassen, die wir jemals gesehen haben. Wir kämpfen uns durch richtig, richtig schlechtes Wetter und versuchen am Ende des Tages unsere Unterkunft auf der Spitze eines Berges zu erreichen. Willkommen bei unserem Abenteuer mit dem Motorrad durch Vietnam. Oh mein Gott Leute, willkommen aus einem Stückchen weiter Richtung Nordwesten des Landes. Wir sind jetzt mitten wieder irgendwo einfach in Vietnam, könnte man so sagen. Es sind heute nur 16 Grad, es ist kalt. Auf jeden Fall fahren wir zu den schönsten Reisterrassen Asiens heute. Ich hoffe, es wird schön, ich hoffe, wir können sie sehen, ich hoffe, wir gehen nicht unter auf dem Weg bis dahin. Jetzt heißt es wie immer, Rucksäcke aufs Motorrad bringen, losfahren und frühstücken werden wir heute auf der Pfad. Wir bereiten uns mal auf maximalen Regen vor und gestern mit den Tüten, die wir von unserem letzten Hotel bekommen haben, einfach so ganz provisorisch drüber gestoppt. Aber eigentlich schließt es richtig gut ab. Der Besitzer hier hat uns gerade Plastiktypen gegeben, die wir uns um die Füße wickeln können. Wenn ja die Füße nass sind, dann friert einfach alles. Und ich hoffe, damit sind wir jetzt einigermaßen safe auf am letzten Stück, was frieren könnte. Wir sind ja gerade mal vor fünf Minuten losgefahren oder so. Gestern kamen wir im Dunkeln an, das heißt, wir haben nicht gesehen, wo wir hier sind. Es sieht einfach schon so schön aus. Es ist so richtig, richtig kleine Highlands. Und ja, hier geht es auch langsam los mit Kaffee und Teeanbau, wusste ich gar nicht. Reisfelder sind auch quasi überall. Es ist jetzt schon so schön um uns drumherum. Und es wird noch viel, viel schöner, je weiter wir fahren. Ich bin richtig aufgeregt und das Wetter irgendwie stört es gar nicht so doll, weil man die ganze Zeit was zu gucken hat. Und der Nebel dem Ganzen auch so eine, ja, moody Atmosphäre gibt. Es sieht so unheimlich aus, von jetzt mal zu anderen Bergenland und Fälern. Und die Landschaft wird schon gleich zu. Das. So, wir sind jetzt schon eine Weile gefahren. Ich möchte jetzt unbedingt mal Drohne fliegen. Ihr habt ja gesagt, dass ihr die ganzen Drohnenaufnahmen richtig feiert. Und deswegen wollen wir davon auf jeden Fall mehr mit einbringen und euch natürlich auch die Landschaft hier zeigen. Die ist so krass jetzt schon. Der Nebel macht sie auch ein bisschen schöner. Aber so im Hintergrund sieht man auch, wie es sich ein bisschen aufklärt, was natürlich auch mega ist. Weil dann kommen wir heute Abend an und es ist eben nicht bewölkt. Und wir können die volle Sicht auf die Reisterrassen genießen. Ich würde sagen, wir sind jetzt eine Stunde gefahren. Und es macht eigentlich schon wieder richtig, richtig Spaß. Mit Marc und Lara fahren wir auf jeden Fall ein bisschen schneller, als wir eigentlich fahren. Das ist jetzt so unser ab 17 Uhr und wir wissen, dass es eigentlich gleich dunkel werden würde, Tempo. Aber das ist gar nicht schlimm, weil es ist immer noch angenehm. Es macht total Spaß und wir kommen einfach mal ein bisschen schneller voran. Naja, wartet auf die Drohnenaufnahmen. Willkommen zurück zu einem neuen Vlog, Leute. Von Clara und Jonathan. Genau. Ich bin Jonathan. Ich bin Clara, ich bin Jonathan. Wir sind schon ziemlich lange unterwegs und sprechen auch schon vietnamesisch. Hai nha. Ciao. Ciao. Kaffee. Und jetzt seht ihr ein paar stickke B-Roll-Shots, Drohnen-Shots von dieser Location. Let's go. Let's go. Roll the clip. Enjoy. Enjoy. Erster Tankstopp des heutigen verregneten Tages. Die anderen müssen auch tanken, aber bei denen passt so 10 Liter rein, bei uns drei. Wir sind einfach durch und durch so Menschen, die solche Sachen irgendwie improvisieren. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten jetzt schon so eine grobe Route, die wir fahren werden, aber wir gucken jetzt trotzdem Tag für Tag, wie wir es schaffen, wie wir es machen. Wir gucken einfach, dass wir irgendwie ein Motorrad kriegen. Und ja, wir gucken schon, dass es ordentlich ist, aber wir brauchen jetzt nicht so ein Großes. Und ja, statt Regenkleidung nutzen wir halt Mülltüten. Bisher fahren wir damit extremst gut, müssen wir sagen, einfach sich auf Sachen einzulassen, nicht immer versuchen, alles so zu planen. Wir haben nie schlechte Straßen erwischt und das Wetter war auch immer gnädig mit uns. Auch wenn es zunehmend schlechter wird. Aber der anspruchsvolle Teil von Vietnam, der Norden des Landes, steht uns ja auch noch bevor. Ich untersuche nach Banh Mi in Vegetarisch. Die verkaufen das alle hier mit Paté. Ich glaube, dass das Gehirn vom Schwein, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir suchen Ei oder Tofu. Es ist jetzt um elf Frühstückszeit. Wir haben schon so 70 Kilometer hinter uns, noch so 90 Kilometer vor uns. Jetzt gibt es erstmal Banh Mi. Heute früh war das Wetter ja so schlecht und irgendwie kamen wir super schlecht aus dem Bett raus einfach, weil es draußen so blau ist. Ja, schlecht gelaunt. Die Landschaft, die ist einfach genau das, was ich mir von Nord Vietnam vorgestellt habe. Ich glaube, es wird noch ein bisschen höher, aber es ist halt jetzt auch schon genau das so. Ein bisschen Nebel in den Bergen, Teefelder, Eisfelder. Krass knallige Grünfarben und einfach so ein bisschen rough von der Landschaft. Und guckt euch mal bitte an, wie viel Ei es hier in dieses Baguette macht. So geil. Gutes Banh Mi? Auch richtig groß, viel Ei. Mit Sicht auf die Straße, authentisch, perfekt. Und es geht weiter, wir wollen mit Fach einen Kaffee trinken, vor Kaffee. Und dann geht die Fahrer auch schon wieder richtig weiter. Dann können wir durch bis zu dem Preis zu passen. Aber einfach schack. Das hier ist ja wieder so ein richtig asiatisches Café, so komplett verspielt und kunterbunt. Und ja, man merkt einfach richtig, ob sich sowas an Europäer richtet oder westliche Touristen versus lokale Touristen. Wir sind gerade noch auf der Suche nach ein paar wärmeren Sachen, weil die anderen beiden sind ja gestern teilweise noch in kurzer Hose gefahren, keine Handschuhe. Ich friere auch, wir haben nur super kurze Socken. Und jetzt die nächsten Tage wird es noch kälter als heute schon. In Vietnam gibt es immer so Klamottenläden, einfach so an der Straße. Die haben immer so richtig witzige Fakes. Und Adidas wurde zu Adidos oder Adides. Das ist auf jeden Fall dann nicht mehr so gut. Nächster Laden. Wir suchen übrigens noch Jacken für Marco Lara, Socken für uns alle, glaube ich. Ja, wobei wir haben Socken für eine neue gekauft, vier Stück. Achso, dann suche ich Socken und die anderen Jacken. Und hier geht es nicht weiter. Ich habe genau schon das gefunden, was ich gesucht habe. Lange, dickere Socken. Davon nehme ich jetzt einfach ein paar. 50? 50? Ich mache alles. Wir machen gar nichts. Unser Freund, der Niese-Regen, ist wieder da. Hört ihr ihn auf dem Mikrofon? Ja, wir wechseln wieder auf Ponchos, sonst wird es ganz schön schnell, ganz schön kalt. Und man merkt auf jeden Fall auch langsam, wir kommen höher in den Bergen. Wir fahren ja heute auf ca. 1000 Meter, da liegt unser Stop für den Tag. Und ja, man merkt auf jeden Fall, wir kommen höher, das Wetter wird schlechter, wir hängen schon fast in den Wolken drin. Ist echt krass, aber ich freue mich, dadurch werden die Aussichten natürlich auch immer krasser, so wie unser nächster Stop. Oh mein Gott, was war das gerade für eine wilde Fahrt. Es ist so krass, wir sind durch die Wolken und danach waren wir eine Weile in so einem Platzhut drin, wo man genau so diese Wolkenkasse gesehen hat und die Reisfelder. Und dann sind wir jetzt wieder ein bisschen höher in die Wolken rein. Jetzt in dem Dorf, hier geht auf jeden Fall was ab heute. Und wir werden hier massiv angespannt, also das ist glaube ich so das krasseste bisher. Ich glaube wir wurden halt noch nie so angespannt, wenn man so selten hat. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute hierher kommen. Jetzt geht es erstmal snacken. Stand der Dinge. Erfolgreich, einfach nur erfolgreich. Das Essen war richtig, richtig lecker, hat vier Euro für uns alle zusammen gekostet. Und wir fahren jetzt weiter. Bei der Kälte auf dem Berg und über 100 Prozent Luftfeuchtigkeit haben wir so unfassbar gefroren. Da war ein Moment dann einfach umso schöner. Oh mein Gott, es war doch echtes Tageslicht. Oh, warum ist es, wir fahren wieder rein. An dieser Stelle haben wir dann einen ersten Blick auf den Anfang der Mu Chiang Chai Reisterrassen bekommen. Die größten in ganz Vietnam und die zweitgrößten der Welt. Eine Überraschung hat unser Tag aber noch für uns bereit gehalten, unser Hotel. Das habe ich gebucht und nicht auf die Lage geachtet. Der Weg hat sich extrem schnell als Herausforderung für unsere kleinen Bikes erwiesen. Aber die Aussicht lohnt sich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo soll ich absteigen? Oh mein Gott! Der Weg ist einfach so steil, dass wir absteigen müssen, Clara und ich. Weil wir ansonsten hier nicht hochkommen. Ich glaube, Marc steht so schon. Das ist einfach so abnormal. Und so wunderschön. Wir sind die Loser, wir müssen laufen. Aber ja, es ist richtig, richtig steil. Und wir brennen einfach mal. Rennen wir mal. Ach so, die Aussicht. Oh mein Gott. Das ist einfach so surreal. Hinter mir ist so eine schöne Aussicht. Wir blenden euch das kurz ein. Es ist der Wahnsinn, wo wir hier gerade sind. Hier ist gleich auch unser Hotel mit einer ähnlichen Aussicht. Und das ist so unfassbar krass, wo wir gerade irgendwie dieses Abenteuer erleben. Ich bin komplett geflasht. Wir tragen irgendwie die Locals. Alles hoch. So Sträucher. Ich frage mich, haben die keine Sträucher da oben? Also was genau tragen die da hoch? Und die sind alle total fasziniert davon, dass wir hier sind. Oh mein Gott. Um einen wirklich perfekten Blick auf die Reisfelder zu bekommen, sind wir nochmal Drohne geflogen. Und das halbe Dorf hat dabei zugeguckt. Ich weiß nicht, was Jonathan da gebucht hat. Ich habe extrem Schiss, hier morgen wieder runter zu fahren. Ich laufe jetzt schon wieder, weil wir in Verlust geschalten haben. Oh mein Gott. Was wird das denn? Leute, wir sind jetzt angekommen. Bevor wir nochmal euch die Fahrt zusammenfassen, was gerade eigentlich passiert ist, zeigen wir euch erstmal unser Zimmer. Kommt mit. Guckt euch das mal an, das sieht so schön, oder? Das ist mal was ganz anderes. Einfach eine Holztütte. Wir wollten euch jetzt auf jeden Fall nochmal kurz was zu unserer Fahrt erzählen. Aber ich glaube, dafür kommt Jonathan auch neben mich. Es war echt Arbeit, hier hochzukommen. Für den Fahrer und für den Läufer. Das war so krass. Der Läufer, ja. Es war mental. Alle Menschen hier, von Locals, die hochgelaufen oder hochgefahren sind, sehen einfach von ihrem Gesicht und von der Kleidung so anders aus als... Irgendwie super lateinamerikanisch. Also so richtig, wie man irgendwie solche Filme von Peru kennt oder so. Die Menschen auch, die waren so süß. Es ist schon krass, in was für einer anderen Welt wir leben, versus in welcher Welt sie leben. Ja, die Menschen hier. Und das mal wieder zu sehen, so krass, ist auf jeden Fall auch Augenöffnend. Am nächsten Morgen sind wir nochmal Drohne geflogen, dann zum Glück bei besserem Wetter. Die Aufnahmen seht ihr jetzt. Wir sind an diesem Tag durch extrem schöne Landschaften gefahren, hatten viele emotionale Momente und auch einige Tiefpunkte durch das schlechte Wetter. Aber umso krasser war der Moment, als auf einmal wieder Sonnenlicht auf unsere Haut geschienen hat und wir dann vor den beeindruckendsten Reistrassen unseres gesamten Lebens standen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir werden uns riesig über ein Like und ein Kommentar freuen. Das hilft uns ungemein weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.